Jöööö... Warte, warte, warte... Bleib mal stehen, ey, da ist, komm mal her, komm mal her. Nach hier vorne. Warte. Warte. Mach nochmal! Warte, mach nochmal. Warte, Dominik, geh mal weg da! Geh mal weg! Ja, warte, jetzt! Oh man, Leute! Ich müsste eigentlich schon längst Turrets-Platz hin, ey! Wieso finde ich das lustig? Weil du immer brennst! Ach, hör auf! In jedem Team ist einer, der kein TS hat. Was willst du mit dem Freakenglinder hier drin? Da ist hier schon immer ein Turret-Tier. Turret Hallo sagen! Dann kannst du die ganze Zeit Englisch hier labern, dass du überhaupt mal mitkriegst. Das könnte ich machen, das wäre gut für meine Englisch-Skid. Die noch mehr an die Erweiten. Meine Mutter hat gesagt, ich soll mehr Englisch reden. Na, das heißt jetzt nicht, dass wir den Affen hier rindeln, ey. Ne, ne, wieso nicht, ja. Bleib mal stehen, Alter, ich spiele den T-Take so. Hey, was... Nein, lass mich nicht! Ich wurde schon als Kind so gemobbt, Alter. Die haben immer an meinen... Meine Hand-Animation wurde gerade nicht gemacht. Ich mach einfach nichts. Bei mir auch, bei mir auch, Alter. Ey, ich lecke voll! Wie das aussieht, ich gehe ohne mich zu bewegen, Mann! Sieht richtig, richtig blätsam aus. Ach, Fett! Ey, bei mir machen die alle keine Animationen. Ja, bei mir auch nicht. Die Laue bringen das Spiel zum Leggen. Laue report. Okay sogar, das ist die Funze. Bei mir kommen... Warte! Ihren Scheiß, Alter. Lass das doch! Ey, OP-Lord, du bei mir auch nicht! Ja, ey, wir lassen die beide. Alter, wie AK-Däcker immer abgeht. Ja, Mann, ne, ja. Ne, Heimer bewegt sich bei mir. Ja, ich bin nicht. Bewegung ist was anderes. Also, ich meinte, äh, die Animation. Äh, Vel'Koz, äh, ist einfach nur... Low. Yo, ist okay. Wo ist'n die Range, Alter? Range is wide. Ey, die Animation verkackt grad richtig bei mir. Ey, guck, guck mal schnell zu mir! Guck mal schnell zu mir! Guck mal schnell zu mir! Der, der eine Vazal da! Der bleibt einfach stehen! Ja, okay! Loll! Au, jetzt macht er wieder was! Der hat's nicht gegönnt, Alter! Oha, Alter! Das sind so die Scheiß-Teammates! Tch! Alter, dieser Set! Fuckin' awesome, dieser Set! Die Kackwurzel? Ey, wieso macht er so viel Damage? Ich weiß es nicht, Alter! Weil du einfach mokkernst! Oh, Mann! Der, 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 der hat jetzt alles abgefangen! Ja! Wir müssen sofort die Tentakel killen, ey! Wenn die kommen! Hast gehört? Der kriegt da eine Autotheker in die Fresse! Weil das ist echt essentiell gerade! Und die Turrets, die pushen! Oh, die kassieren schön von der ARD-Kombination! Ja, Ari kann ich auch nicht mehr last-fetteln, ey! Ich will ein bisschen die... Ey, hier schon wieder! Schon wieder! Bisschen! Guck dir den an! Er bleibt einfach stehen! Lol, was denn? Ich seh's, ich seh's! Die wollen, die wollen diven! Ring se! Ring se! Alter, hätt' jetzt meine Rakete! Hätt' jetzt meine Rakete! Hätt' jetzt meine Raketen gehabt! Ja, aber! Was? Wir machen gleich Kombinationsanspruch auf Wayne, wenn sie zurückkommt! Oh nein, oh nein! Jetzt! Oh, lol! Eieieiei! Lol, was denn das für'n Set? Ich hab' noch nicht mal mein... War's mit diesem Set falsch? Äh, lol, das ist nur nicht mal ein Tentakel, Alter! Er ignitet mich! Ist 10.000 Meter entfernt von mir! Und, äh... Ich hab' keinen Mana mehr! Ich hab' auch keinen Mana! Ich hab' auch keinen Mana! Geil! Mana ist halt ein Problem, ne? Für AP-Watlay! Set! Äh, jo! Naja, schönen Ta... äh... Türme und so, dann läuft das! Ja, Heimerdinger Turtles ist halt echt! Sind OP! Ah, Mann! Ich wollt' genau um die Ecke machen! Schön low halten! Oh! Der Pantheon ist ja hier! Pantheon! Wurzel, Wurzel, Wurzel! Schön auf die Wurzeln geht! Immer wenn sie spawnen, direkt auf die Wurzel! Weiß nicht, warum Heimerdinger nicht gespielt wird! Der ist einfach zu... Der ist... Der ist heftig! Der hat halt richtige Lane-Kontrolle, ne? Pass auf, dass sie dich nicht ranziehen! Oh... Oh... Ich zieh die... Loll, Alter! Ach, der hat in der Mitte gewordet! Wollen wir nicht greifen und nicht mal das... Ding jetzt an... Oh, ich muss hier rein denken! Alter, dieser Set... Der ist so fucking awesome irgendwie! Perfekt! Wunderbar! Oh, wer... Ey, wer hat denn die Musik stand hinterher? Bitte! Ey, das nervt richtig! Ist das so laut, ey? Ich hör davon nichts! Das ist echt... Hart, Alter! Heiß... Musik... Komische Volksmusik! Ey, hier, hier! 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 Ich kann nicht! Ich hab kein Mana mehr! Ich hab sogar einen Tower-Shot gefangen dafür! Ich geh' back, Alter! Ich komm gleich wieder, dann kannst du back gehen! Ja, egal! Ich hab... Moment... Nein! Ein Turret ist gestorben! Wieso? Ich schreib den hier darum! 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 Ah, mein Mundo! Der Hecarim ist schon ein fresher Dude, ne? Dieser Mundo! Äh, zieht euch diesen Skill von Mundo rein, ey! Der ist auch... Der gibt mir mal schon Leben! Awesome! Also der, der... Der hilft den Leuten... Und er... Wie kennst du das noch? Ich weiß grad nicht weiter, oder? Na klar kenn ich das! Der hilft den Leuten! Ich mach mal ein bisschen! Der hilft den Leuten! Ja genau! Alter, dieser Mundo! Oh, lois! Du bist strong, Alter! Ah, der ist verdammt schlecht! Lois! Nein, gib ich nicht dir den Kick! Alter! Jungs! Was ist da los? Der hat grad ernsthaft 300 Damage nur von einem einzigen Turret kassiert! Das ist doch... Ich glaub ich brauch Sonjas zuerst! Wunderbar! That... Is... Funny! Werdet rasiert von der Macht des Tartel-Monsters! Rap! Äh, ich mein Rap! Okay, 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 zurück zur... Wurzeln! Okay, und jetzt... Zurück! Zurückbleiben! Vor der Pfanne! Loll! Ja! Na! Den Kacken! Loll! In der Ruhe sind... Ich bin am Weg, ich bin am Weg, alles gut! Ja! Oh, oh, oh! Keine Chance! Komm mal! Komm mal! Dankeschön! Vielen Dank! Für die Blube! Will ich mal runter... Ich komm runter, ja? Ja, ja, ja! Obwohl, ne... Es wird... Okay, gut! Komm runter! Ich dachte, du wärst die Ari gerade! Jetzt hauen die ab! Was hauen die denn ab? Ja... Du hast auf jeden Fall die Situation jetzt ent... Schert! Ja, genau, entschert! Bitte, bitte! Bitte, bitte! Ja, aber im Moment sind wir immer noch gut dabei! Komm mal! Hier, Draygon! Bin auf dem Weg! Ja, Draygon! Das dauert bei mir noch nicht mal! Du kleidst bisschen! Mann, das ist irgendwo in der Wand, ey! Habt ihr ein Wort? Für drüben? Nein! Ja! Gut! Ja! Ja! Da ist er der Satz! Ja! Schneller! Mach ihn rüber! Ziehn rüber! Und ran! Sag! Hey! Wie dumm ist das denn? Wie denn wird das denn? Go! Ohohohohoho! Easy! Ich bin mit dem Blauen! Ach du Scheiße! Du hast die Schmerzen output von Heimerdinger! Boah da geht er in der Bauer! Da geht er in der Bauer! Da ist eine Wad! Ding! Ding! Die Musik! Oh, der TX OP! Hehehehe! Der Meist stehkrii! Oh scheiße, er hat der Tor! Top, 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 Top! TP! TP are not ready? Kein TP mehr da! Nee! Jetzt hat der gerade für die Botlinge gemacht! Du machst grad ne richtig lustige Animation! Jaja! Alter, kann es sein, dass deine Move-Dingens manchmal aus ist, manchmal ist es wieder da? Alter, das ist gerade nicht verbuggt. Diese Tentakel, ey. Was habt ihr denn? Die Tentakel? LOL! Ist er nice. Wie das aussieht, Alter. Ist er geil, ist er geil. Er ist zuvor, seine Tentake zu kriegen. Man muss sich halt auch mal was gönnen. Komm her. Oh, die ist tot, die ist tot. Oh, oh, oh. Das sieht gar nicht gut aus wie die. Hey, das war gut, das war gut, das war urgut. Ist es in der Regel... What? What? Da. Da kann sie halt nichts gegen machen. Ich hab Angst, dass er schnell nicht auslöst. Alter, wie ist das Set kassiert hier? Das ist ja unmenschlich. Der Helikopter! Und du willst dich mitreden. Guck mal, das ist das geile. Man kann ja einfach wegschauen. Na, dubstepping, nein. Du drauf. Muss sein. Oh, ich hab jetzt den Stab. Ach. Das Game ist schon so gewonnen, ne? An Anus-Stick. Na, Anus-Stick. Wie ist es mal nicht? Oh, oh. Da kommt er nicht weg. Da kommt er nicht weg. Da kommt er nicht weg. Bam. Ja, Jesus. Wunderbar, Gang. Das war richtig gut. Das war richtig gut. Das war richtig gut. Getankt. Oh. Das Gute ist, die Minials haben ja, äh, diese Turrets haben ja immer noch Leben. Hm, mein Ziel ist das. Die haben schon, die haben schon, die haben schon, die haben schon 40 AD auf den Attack speed 1-0-0-0-0. Das ist nicht schlecht. So ein Mini-AD-Curry. Oh. Oh. Das machst du nicht. Das machst du nicht. Ich komm mit Pantheon. Das hast du nicht gemacht. Das hast du nicht gemacht. Oh shit. Das hast du nicht gemacht. Das hast du nicht gemacht. Komm zu mir. Yep. Nice. Sorry. Nice, Alter. Er kriegt nichts. Easiest Game of my life. Oh, jetzt hab ich grad keine Turrets mehr ab. Hehehe. Hast du grad dein Damage gesehen? Das ist das einfach, was ich meine bei Harmerdinger. Damage auch gut. Das ist so unglaublich. Das hast du grad gesehen. Was macht ihr denn? Lauf noch mal. Lauf noch mal runter. Lauf noch mal runter. Lauf mal runter. Lauf mal runter. Was ist das grad so. Das sieht einfach zu geil aus. Aber wie das aussah. Oh Gott. Wieso Kreuz, Alter. Ja. Ach, Mann. Hat das was du? Alter. Was macht ihr? Hey. Ey, dieser Bug ist ja mal richtig geil. Ey, wo wäre ich denn hin? Das ist richtig gestreckt ei Da, er läßt einfach so YUEEEE Bies das hebt YUEEEE Es juckt... Es juckt einfach... Gar nicht O justナ Ich hab ihn alles gelegt Es hat wirklich so, ne? Interpreise, ne? Klasse. Durchschweifst du einfach, Alter. In so'n Raumschliff, Alter. Dafür... Das ist halt wirklich so, ne? Die machen die Form. Freunde, die kassiert aber auch vom Turm. Komm her! So, easy. Nice. Ich bin so schlecht, ey. Turret gebläst, Alter. Läuft bei uns gerade, Alter. Aber richtig. Verpiss dich. Bärbel. Die war ja ganz woanders. Ja, klar, die hat ihre Ulti aktiviert. Ich hab meine Ulti gerade hier voll in den Busch reingepallert. Ich hab direkt gesehen, als sie rausgegangen ist, hat sie ihre Ulti aktiviert. Und ich hab gedacht, dass sie reinkommt, aber ich war nicht weit genug. Sorry, geil, dass er voll aussieht. Äh, Leute, wo sind eure Leute auf der Apport? Ja, da sind gerade drei Leute gestorben. Also, Wayne ist noch tot. Und, äh, Iluhe, was auch immer, ist noch wieder da. Alter. Warum? Ey, ich stell mir das gerade so ein bisschen bei Zarif vor, ey. Hier bleibt es für, an dem Zeitpunkt. Und dann immer schon Stress mit Autofix. Oh, leck. Und schon, du guckst, du musst schon is ein Gaping-Türm mit der Ulti, ey. Nein! Doch! Dicht aufzuhalten. Da! Was mach ich denn? Oh, mein, mein Turd macht ja auch ganz viel Damage hier. Oh, Leute, wo bin ich, wo bin ich, wo bin ich, wo bin ich, wo bin ich? Oh, egal. Wo bin ich, wo bin ich, wo bin ich, wo bin ich? Okay, ich bin, ich bin wieder da. Wo warst du denn? Oh, die Animation. Ach, SS, Leute. Ja, SS. Bist du ein Nazi oder was? Es ist ein Skalead. Ich geh weg. Qualle, komm mit. Qualle, komm mit. Qualle, komm mit. Du stehst auf den Fleck, ey. Ey. Wegen? Selium? Ja, hier, guck dir. Ey, der Minion, Junge. Geh doch nach Hause. Tot. Tell me your secret, boys. Tell me your secret. Anostick is my secret. Äh, loil. Und jetzt läuft er einfach das Game. Guck mal, wir da rumrennen. Och, maaan. Oh, herrlich. Oh, oh. Es ist so herrlich. Es ist einfach zu geil, ey. Ich hab 3000 Gold. Es ist noch geiler als zu geil. Ich würd sie eben sehen sollen, dass sie gestreckt hat, alter. Ja, man. Ja, man. Jetzt schon wieder. Oh, meinst du, du... Oh, schade. Wartest du nur schon dir die Party zu Ende, oder was? Ja, das war's schon. Ich hab erst mal angekommen. Was ist das denn? Nein! Ach, geil. Solo Drake Inc. Mit eurem Edgar. Ja, warum, 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 warum? Rüfft der Schäuern nicht? Alter, hier geil. Guck mal, wo ist alles? Da oben ist er. Ja, die ist dank. Das ist so, wie krass. Der hättest gerade alles gut. Ach, komm schon! hohe seit jetzt 0 was ist er noch nicht uns bestätigt hat und das ist das das ist er er das er war die er gibt einfach kein Prozent um auf die Wettbewerb danke für Spiegel nur ich gebe vorher nicht ich gebe ich mich kurz vor kurzem klar ja die Gäste Prozent das sei der Weg was da aufsteht um ich will Rüeleit haben ich aber nicht ich will Rüeleit haben der Koma jetzt macht er auch ganz normale Bewegung was soll das ich bin jetzt hier jetzt doch nicht umsonst hier irgendwie backporten so ne easy alter mann Balcors, renn wir ja rum hier ist das sad Anfängerstunde und jetzt und schütt alter this was awesome what the f... what the f... aaaaaaah Balcors, renn wir da rum ist so langweilig jetzt kümmer blühe ich geh jetzt über die Roll ne den Blu will ich haben ab viel zu viele Mana Probleme mit dem oh jetzt hab ich nen Kill den gegeben nein er hat voll ab einmal habe ich gehört aber ich habe mehr ab Ich hab mehr AP, Jung. Komm herz, komm herz und Turrets. Echt? Nein, der kommt resettet. Der kommt resettet. Okay, dann könnt ihr ihn haben. Okay. Oh, mag mich. Die laui Support Best Support EOW. Soll ich nur. Alles gut. Alles gut. Geh, 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 geh. Geh, geh, geh. Geh, geh. Geh, geh. Geh, geh, geh. Was los, boi? Geh, geh, geh. Geh, geh, geh. So, Jungs. Wenn ihr glaubt, ich hab jetzt schon rasiert. Dann werdet ihr gleich erfahren. Ich hab, ich hab 4400 Gold. So. Jetzt wird erstmal ein bisschen aufgestockt. Guck mich an. Guck mich einfach nur an. Ach, die Vein. So, alter. Uuuuund. Flöp. Oh, da wolltest du nochmal versuchen. Da. Try. Oh, 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 oh. Nein, 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 nein. Oh, kriegst du grad den anderen Stick? Nee, die haben keinen Wooker. Ich glaub, Z-Trolls. Ne, guck, man ist ihm einfach die geistigen Bank. Ja, du bist rausgewichen. Ja, nein, ist aus. Lauf, 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 lauf. Nein. Nein. Hast du mich gehealt? Ja, ich hab noch extra Flash Heal gemacht, Alter. Nein. Alter, Hika, not funny. Not even funny. Whatever. Ich glaub, Ilawi trolled ein bisschen. GG. Doch mal, Alter, das hat sofort gemacht. Spiel bitte wieder Wilkos. Muss, Alter, muss. Mhm. Muss was.